Kennst du, ich bin früher ständig Frauen hinterher gerannt, aber ich habe drei Dinge geändert, wodurch auf einmal Frauen auf mich zugekommen sind. Das geht und ich werde dir auch ganz genau sagen, was die drei Dinge sind. Die wirst du heute in dieser Folge erfahren. Wir werden richtig schön tief eintauchen und das dritte vor allem ist etwas, das kannst du innerhalb der ersten Sekunde direkt umsetzen. Wir fangen direkt los mit einem richtig geilen Flirt-Tipp, einem Spruch, den du verwenden kannst in jeder Situation mit einer Frau. Genau, herzlich willkommen beim Freundinnen für den Podcast. Meine Wenigkeit ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du vor allem auch wirklich willst. Das ist der Podcast für Männer mit Herz und mit dabei haben wir natürlich unseren Experten für Selbstbewusstsein, Dominik van Aave. Ich würde sagen, Dominik, wir legen direkt los. Wir fangen direkt los. There we go. Lass uns direkt losfangen. So, als allererstes möchte ich dir genau das geben, was in deinem Leben einen direkten Einfluss haben wird, nämlich einen handfesten Tipp für die nächste Situation, in der eine Frau mit dir sprechen wird. Was ist das, was wir normalerweise tun, wenn eine Frau mit uns in irgendeiner Weise spielerisch leichtherzig redet, man könnte auch sagen flirtet und wir sind überfordert damit. Ja, genau, das ist es. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir werden dann immer meistens eher ruhig und ziehen uns zurück und versuchen auf eine rationalen Art und Weise, ihr vielleicht eine Antwort zu geben auf ihre eigentlich sehr spielerisch gemeinte kleine, ja mal ihren kleinen Kommentar oder ihre Anmerkung oder ihre Frage. Das nächste Mal, wenn das passiert, dass eine Frau in deiner Nähe dir irgendeine kleine Anmerkung an den Kopf wirft oder spielerisch versucht, dich aufzuziehen, ist, dreh den Spieß um und erstens, gib ihr die Schuld an dem Schlamassel. Egal, was es ist. Das Schöne ist, das kannst du machen, auch wenn sie dir überhaupt nichts an den Kopf wirft und dir fällt einfach nur irgendein, in Anführungsstrichen, Schlamassel auf. Beispiel, es ist kalt und du sagst, boah, mir ist mega kalt hier. Jetzt ist schon wieder, sag mal, du vergisst jedes Mal mir eine Jacke mitzubringen. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist die Lammfelljacke? Ich habe sie doch schon zehntausend Mal gesagt. Das ist deine Verantwortung. Also, jetzt ist mir wieder kalt wegen dir. Und du gibst ihr spielerisch die Schuld für etwas, woran sie definitiv nicht die Schuld trägt und vielleicht sogar du die Schuld trägst. Vielleicht auch niemand die Schuld trägt, weil es einfach nur ein Umstand ist, auf den ihr beide keinen Einfluss habt. Aber genau dann ist es ja offensichtlich, dass es nicht ihre Schuld ist und deswegen ist es dann eben auch ein spielerischer Flirt, wenn du ihr die Schuld gibst. Das heißt, es geht hier nicht darum, ihr irgendetwas an den Kopf zu werfen, um sie zu manipulieren, um ihr Schuldgefühle zu geben. Das ist nicht das Ziel. Es geht hier alles auf leichtherziger Ebene. Anderes Beispiel, sie ist gerade im Restaurant und kann sich nicht entscheiden. Und dann sagst du ihr, weißt du eigentlich, dass sie wegen dir das komplette Menü gleich neu schreiben werden müssen, weil du dich die ganze Zeit nicht entscheiden kannst. Der Koch, der steht ja schon da hinten und beobachtet dich schon und schüttelt die ganze Zeit mit dem Kopf. Der wird da das Menü wieder neu schreiben. Nur wegen dir, weißt du das eigentlich? Er hat extra Erbsensuppe für dich gemacht. Ja, ja, genau. Und du bestellst sie nicht. Ja, und dann tust du die Erbse unter deine Matratze und beschwerst dich auch noch unter deinen 10.000 Matratzen, dass da diese eine kleine Erbse ist. Das, Madame mal wieder. Du gibst ihr die Schuld spielerisch für etwas, woran sie wahrscheinlich überhaupt keine Schuld hat. Das, mein Lieber, das erzeugt direkt einen kleinen Moment der Anziehung, der sich vielleicht sogar hochschaukelt zu im besten Fall sogar einer richtig schönen spielerischen, flirtigen Situation, in der du ihr oder sie dir danach dann auch ganz klar Interessenssignale gibt. Ich meine, all das ist schon ein Mix aus, ein Tanz aus Interessenssignal und Flirt. Aber das kann man halt auch wunderschön verwandeln. Und da geben wir dir natürlich auch bei den Flirtspezialisten extrem viele Hinweise, wie du das machen kannst. Wenn du nicht weißt, wie du solche Situationen verwandelst, dann schau dir einfach mal hier oben das Video an. www.interessewecken.de Da oben kriegst du alles erklärt. Da gibt es tausend Situationen, in denen du solche Sprüche, sagen wir, Flirtelemente, spielerisch nutzen kannst, um die Situation ganz souverän und anziehend für dich zu benutzen. So, das ist allerdings nur das allererste und wir befinden uns hier immer noch an der Oberfläche. Ah, vielleicht geben wir noch einen weiteren Satz, der aber auch sehr hilfreich ist, bevor wir auf den nächsten Punkt kommen. Dominik, du hast ihn vorhin gemeint, denn all dieses Hin und Her und dieses spielerische, ja, du bist schuld an der ganzen Misere, das kann dann zu einem sehr coolen, flirtigen, sehr offensichtlichen, aber auch gleichzeitig zweideutigen Flirtsignal führen. Nämlich, wenn du ihr sagst, weißt du, was ich sagen will, Dominik, oder willst du es sagen? Ich bin gerade genauso gespannt, was du gleich sagen wirst, wie du selbst, glaube ich. Dann Copyright Dominik, weil Dominik hat es mir gerade noch gesagt und ich habe gesagt, sehr gut, sag das gleich, jetzt hat er es vergessen, jetzt erinnere ich mich aber dran. Und zwar, dass du ihr dann sagst, Mädel, jetzt hör mal auf, ständig mit mir zu flirten. Es ist zu offensichtlich. Deine Freunde kriegen das noch mit. Wirf ihr vor, dass sie diejenige ist, die mit dir flirtet. Weil nicht nur bist du dann fein raus, weil du hast ja nicht mit ihr geflirtet, so, sondern du hast außerdem zusätzlich in den Raum gerade eine Situation kreiert, die vorher nicht da war oder nicht offensichtlich war, nämlich, dass sie auf dich steht, dass da eine Mann-Frau-Interaktion gerade im Gange ist, dass da es knistert, dass da eine sexuelle Spannung gerade am Aufbauen ist und das ist unglaublich attraktiv, da du nicht derjenige bist, der das Risiko auf sich genommen hat, dich jetzt vor allen zu blamieren, sondern im Gegenteil, abgesehen davon, dass du dich nicht blamieren könntest, aber das ist ein Thema für wann anders, weil du souverän ihr das Ganze in die Schuhe geschoben hast. Und da wird sie dich wahrscheinlich rechtfertigen oder was? Nein, 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 ich mache doch gar nichts. Du hast die ganze Zeit und alles, was du machen brauchst, ist weiterhin, Mädel, oft so offensichtlich zu machen, nimm die Gedanken, tu sie irgendwo in der Tupperbox, mach sie in deinen Kopf, bis später, ja, jetzt nicht, die Leute gucken schon, das machen wir nicht, nicht hier, hör auf. Die ganze Zeit bist du derjenige, der von ihr angeflirtet wird. Auch für die anderen, die das mitkriegen, übrigens sehr attraktiv, weil du bist derjenige, der von einer Frau gejagt wird und du hast im Hand und Drehen das Spiel umgedreht. So, wie gesagt, das sind aber nur Kleinigkeiten, da gibt es noch viel, viel mehr, www.interesseweck.de, wenn du dir eine komplette Liste holen möchtest und den ganzen Tag das Ganze mit uns üben möchtest, das machen wir interaktiv im Coaching, da lernst du auf jeden Fall etwas fürs Leben, das ist wie Fahrradfahren, einmal gelernt, vergisst du das nicht, dann kannst du flirten, garantiere ich dir. Aber, bevor wir dahin kommen, gibt es jetzt nämlich noch die zweite Sache, die du tun kannst, damit Frauen anfangen, dich zu jagen, damit die Frauen, auf die du stehst, auch auf dich zukommen. Und das wird wirklich einiges verändern. Und jetzt gehen wir ein bisschen mehr tiefer in die Materie. Wir sind jetzt nicht nur bei den Blödsprüchen und bei dem, was man so verbal machen kann, sondern jetzt geht es wirklich um etwas, was du ausstrahlst. Und Ausstrahlung kommt nicht von ungefähr. Ausstrahlung ist etwas, was du kultivierst. Und wir kultivieren unsere Ausstrahlung aufgrund unseres Charakters. Unser Charakter formt sich aufgrund unserer Entscheidungen, welche sich in Gewohnheiten äußern. Das heißt, das, was du kontinuierlich tust, zu dem wirst du. Und wenn du kontinuierlich zum Beispiel Folgendes machst und dich dabei erwischst, dass du unzufrieden bist mit deinem aktuellen Stand des Erfolges, mit dem, was du bisher erreicht hast. Und du sagst, das ist doch alles nichts. Ja, von mir aus, da hat jetzt vor ein paar Monaten hat diese eine Frau mir schöne Augen gemacht, aber daraus ist ja dann doch nichts geworden. Oder ich war zwar auf einem Date, aber danach war ich trotzdem in der Friendzone. Oder ja, da ist die Arbeitskollegin, irgendwie waren da Funken, aber dann habe ich es ja doch verkackt. Ich kriege es ja trotzdem nicht hin. Die Gewohnheit... Mensch, Fokus, das ist so krass. Ja, ja. Also gerade, also ich musste einfach gerade so reingrätschen, weil das ist, also genau das hören wir täglich von euch, von Männern wie dir. So dieses, hier war was ganz Tolles, aber es ist nicht bis zum Ende toll geblieben. Oder es ist nicht bis zum Ende noch geiler geworden. Das heißt, unterm Strich ist das eine Nullnummer, eine Minusnummer, wenn du so möchtest. Und das ist eine Art und Weise, auf das Leben zu schauen, die einfach dich dazu bringt, dass du leidest, dass du unglücklich wirst. Und dabei ist halt genau diese Sache komplett neutral bis sogar positiv zu bewerten. Weil, dass du das Date hattest, ist doch geil. Dass dir eine Frau oder deine Arbeitskollegin oder wer auch immer das da war, schöne Augen gemacht hat oder mit dir geflirtet hat oder was auch immer, ist doch super. Davon doch gerne mehr. Aber stattdessen konzentrieren wir uns auf, und das ist halt nicht mal ein negativer Aspekt, aber benennen wir ihn gerade mal so, auf den negativen Aspekt, dass nichts weiter draus geworden ist, dass du es in Anführungszeichen verkackt hast. Es gibt nichts zu verkacken, weil es auch nichts zu erreichen gibt. Darauf konzentrierst du dich stattdessen und gibst da halt mehr Energie rein und dafür bekommst du dann halt auch mehr. Das ist halt auch kein Wunder. Statt dich darauf zu konzentrieren, ich weiß noch, letztes Jahr, da hat mir meine Arbeitskollegin mit mir so zwei Wochen lang geflirtet, hat mir schöne Augen gemacht. Das war richtig schön. Das war ein schönes Gefühl. Da erinnere ich mich gerne dran zurück. Du erinnerst dich nicht mehr daran, also das ist halt eine Einstellung, du erinnerst dich nicht mehr daran, dass du sie gefragt hast, ob sie mit dir gerne Kaffee trinken möchte und sie gesagt hat, nee, danke, mit Arbeitskollegen nicht oder was auch immer. Keine Ahnung, was sie da auch immer gesagt hat und vielleicht wusstest du an der Stelle auch nicht weiter. Deswegen Interesse wecken die E, wir helfen dir da weiter, damit du an diesen Stellschrauben, an diesen Hürden, über diese Hürden hinweg kommst, weil das ist oftmals eine Sache der Wahrnehmung und oftmals dann auch eine Sache von dem, wie wir auf die Situation reagieren, um halt die Situation noch weiter flirtig zu machen und zu einem Date führen zu lassen. Aber stattdessen konzentrieren wir uns halt dann gerne auf diese negativen Seiten, weil wir dann irgendwie glauben, dass das, weil es negativ ist, ist das die Wahrheit. Aber das ist, das stimmt halt nicht. Und alles im Universum ist neutral, bis wir ihm eine Bedeutung geben. Und lass uns doch lieber dann uns auf die Dinge konzentrieren, die eine positive Bedeutung für uns haben. Zum Beispiel, wie Garth gesagt, dass sie uns schöne Augen gemacht hat, dass Frauen an dir interessiert sind. Wenn du dich darauf konzentrierst, dann wirst du das noch mehr erleben, weil du einfach dann eine Ausstrahlung dafür entwickelst, wie Andi gerade schon gesagt hat. Die Ausstrahlung, das kommt aus dir heraus. Du strahlst das aus dir heraus, dass Frauen an dir interessiert sind, dass Frauen mit dir flirten. Und das beruhigt dich auch gleichzeitig. Also dein Nervensystem beruhigt dich. Du hast weniger Stress. Und weil du weniger Stress hast, bist du vielmehr in der Leichtherzigkeit, in der Freude und damit auch halt auch zentral in dem Punkt, den wir jetzt als zweiten Punkt mal deutlich machen möchten. Nämlich der Punkt, der, ja, wir können ihn eigentlich unter dem großen, dem großen, Schirm benennen, der Dankbarkeit. Denn wenn wir für eine Sache nicht dankbar sind, dann ist es im Prinzip so, dass wir, also du bekommst ein Geschenk, zum Beispiel von einem Freund, von jemandem aus deiner Familie und diese Person hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht. Und du bekommst dieses Geschenk und du sagst halt nicht mal Danke, sondern so, du sagst, okay, wo ist der zweite Teil dieses Geschenks? Oder, okay, ich habe dieses Geschenk jetzt, aber ich habe es nach einem Jahr verloren oder ich habe es nach einem Tag verloren. Das heißt, dieses Geschenk war nichts wert. Was sagst du dann? Was sagst du dann dieser Person? Du sagst dieser Person, dass sie dir nie wieder ein Geschenk machen braucht, weil du dich ja anscheinend nicht darüber freust. Das heißt, ihre Mühe, die Mühe dieser Person ist komplett verschwendet und wertlos. Also es ist halt auch kein Wunder, dass wenn du dich halt nicht über die Sache freust, die dir initial, 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 wie sagt man, initial, initial, initial ein gutes Gefühl gegeben hat und du dich halt nicht darüber freust und das nicht weiter kultivierst, sondern dich darauf konzentrierst, dass es ja irgendwann wieder vorbeigegangen ist oder nicht so geendet hat, wie du es gehofft hast, sondern also dich halt auf die, Anführungszeichen, negative Seite konzentrierst, ist es auch kein Wunder, dass du halt mehr von dieser negativen Seite bekommst, dass es dir so schwerfällt, Frauen in dein Leben zu ziehen. Konzentrier dich auf das Positive, sei dankbar für das, was du bekommst, was du hast und dann bekommst du mehr. Ja, das ist nicht einfach nur so eine Floskel oder was der Priester, der Pastor da vorne rumlabert, wir müssen dankbarer sein. Es ist Fakt, dass wir, wenn wir uns selber erzählen, wie kacke unsere Situation doch ist, dass wir da einen Dialog führen mit uns selber, wir sprechen mit uns, wir sagen uns Dinge und wie Dominik gerade gesagt hat, wenn dir jemand, wenn dir dein bester Freund ein Geschenk macht und du sagst eine Woche später, ja, aber das Geschenk war dann doch Schrott und du sagst ihm das ins Gesicht, dann wird er traurig, er wird gekränkt, sein Selbstvertrauen, gute Geschenke geben zu können, singt massiv, die Freundschaft zu dir singt, das heißt die Liebe zwischen euch singt und er wird das Ganze nicht mehr machen. Du bist dieser Freund, mit dem du da redest, das ist das, was du dir selber sagst. Oh, das, was ich da selber gemacht habe, war nichts wert, es war wieder nur Schrott, ich habe es nicht hinbekommen. Was glaubst du, was da dein Unterbewusstsein dann antwortet? Es antwortet, okay, gut, dann mache ich es halt nicht mehr, dann lasse ich es, bist ja eh undankbar. Das ist uns gar nicht bewusst, aber wir sind der beschissenste Freund zu uns selber und das muss ein Ende haben, das muss wirklich aufhören, weil die Gespräche, die wir mit uns selber führen, die sind maßgeblich dafür, welche Ergebnisse wir in unser Leben ziehen und wenn wir immer so undankbar und assi mit uns selber umgehen, dann ist kein Wunder, dass wir mit uns selber auch assi umgehen. Verstehst du? Und man könnte es auch esoterischer betrachten, man könnte auch sagen, weißt du, wenn du dieses Gefühl hast von Stagnation, wenn du das Gefühl hast, es geht einfach nicht weiter, ich bin hier jetzt irgendwie auf einem Plateau, seit Monaten geht es nicht weiter, ich weiß nicht mehr, was hier passieren soll, seit Jahren geht es nicht weiter und ja, also das regt mich auf, das kotzt mich an, es geht einfach nicht weiter, dann hast du in dem Moment den Fokus, wie gerade gesagt, komplett auf dem, was dir fehlt, also Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit, Bedürftigkeit, du bist im Mangel, so, Punkt. Der Fokus darauf, dass du im Mangel bist, nimmt dir komplett den Fokus darauf, dass du aber schon so viel geschafft hast und wenn du sagst, ja, das ist alles nicht wert, was ich da geschafft habe, dann esoterisch betrachtet kannst du sagen, Gott, das Universum, wer auch immer, denkt sich dann, du, warum soll ich ihm jetzt weiterhelfen, weiterzukommen? Der hat das Gefühl zu stagnieren, nicht weiterzukommen, der will irgendwie weiterkommen, aber ganz im Ernst, alles, was ich ihm schon gegeben habe, da spuckt er drauf, warum sollte ich ihm noch irgendwas geben? Der muss erstmal lernen, dankbar zu sein, ansonsten kriegt der einen Scheiß, kriegt gar nichts mehr von mir und das ist dann auch was passiert, also nennst Gott, nennst das Universum, nennst dein Unterbewusstsein, ist völlig egal, aber du hast diese Ergebnisse wortwörtlich heraufbeschwört, indem du so undankbar warst mit dem, was du selber schon für dich geleistet hast und das ist der Punkt der Selbstliebe. Im Englischen sagt man auch delayed gratification, die Menschen, die das Glück, was sie erfahren, in die Zukunft legen können, indem sie jetzt für ihr zukünftiges Ich arbeiten, indem sie zum Beispiel nicht das siebte Playstation Spiel im Monat kaufen, sondern stattdessen das Geld in ein ETF anlegen, die tun etwas nicht für sich selber in diesem Moment, die sind selbstlos für sich selbst, selber gerade, die sagen, nee, 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 ich brauche gerade nicht diese Genugtuung in dem Moment, ich tue es für mein zukünftiges Ich. Ich weiß, dass das angelegte Geld in Zukunft, meinem zukünftigen Ich, meiner Version in 20, 30 Jahren, helfen wird, ein Gutes sein wird und das ist Selbstliebe. Das machen wir nicht nur mit unserem Geld, das machen wir auch mit unseren Taten und auch verdammt nochmal mit unseren Worten. Ich habe das früher nicht verstanden und ich fand das ultra witzig und cool, mich selber fertig zu machen und auch vor anderen Leuten mich selber fertig zu machen und natürlich dieser Männerhumor, wo man sich selber auch die ganze Zeit Pi sagt und sagen, ah, du Spacko, Spasti, was auch immer. Es scheint so, als ob das eine Geheimsprache ist, was wir unter Männern so machen und dass das eigentlich die Sprache der Liebe ist, weil, ja gut, mit wem kannst du sonst so reden? Das ist ja ein enormer Vertrauensbeweis, dass du mit jemandem so reden kannst und ist das nicht das, was uns, was uns dann brüderlich verbindet, dass wir halt ein bisschen gröber miteinander reden? Scheinbar, scheinbar. Aber was ist, wenn das an der Oberfläche nur eine Ausrede ist, um eigentlich mit uns selber scheiße umzugehen, weil wir mit uns selber scheiße umgehen wollen, weil wir uns eigentlich dafür bestrafen wollen oder irgendwie uns das nicht gönnen, glücklicher zu sein? Du kannst mich jetzt verrückt nennen, kannst mir sagen, das ist Nonsens, das mache ich einfach. Ich nenne meinen Kumpel Arschloch und das ist witzig. Hey, habe ich auch gemacht, kommt auch manchmal bei mir raus, aber ich erinnere mich immer wieder daran, wie gut es mir tut, wenn mein Kumpel mal das Gegenteil sagt. Wenn mein Kumpel mir mal sagt, ey, Alter, weißt du eigentlich, was ich an dir schätze, Mann? Ich finde es mega krass und inspirierend, wie du immer wieder mutiger bist als viele anderen und dann einen Weg gehst, den viele nicht gehen und ich finde das sau inspirierend. Das finde ich 20 Mal wertvoller als, na du Arsch, das ist so viel schöner. Und wenn das so viel schöner ist, dann frage ich mich, warum dann das andere Ding machen? Warum nicht öfter freundlich, wertschätzend mit uns umgehen und mit uns selber umgehen? Das hilft uns mehr, baut uns mehr auf. Es ist einfach so, also das, was du gerade angesprochen hast, das ist so ubiquitier, das ist so überall zu finden in sämtlichen Männerfreundschaften, irgendwie dieses hart miteinander umgehen und es scheint so, dass je enger du mit diesem anderen Mann befreundet bist oder je enger du befreundet bist mit ihm, desto rauer werden die Worte. Und das finde ich ganz interessant, weil warum? Warum müssen wir dann zu raueren Worten wechseln? Das ist so irgendwie jemand komplett Fremdes im Straßenverkehr, dem zeigst du den Mittelfinger, jemand, den du Angesicht zu Angesicht triffst, irgendwie, der dir kurz irgendwie die letzte Packung Nudeln im Supermarkt wegnimmt, mit dem gehst du freundlich um oder was auch immer. Mit der Kassiererin gehst du freundlich um, also freundlich bis neutral um. Dann hast du oberflächliche Bekannte, mit denen gehst du freundlich um. Dann hast du hier und da Freunde, mit denen gehst du freundlich um. Aber dann hast du beste Freunde. Hier muss es anscheinend einen qualitativen Unterschied geben. Mit denen gehst du halt ein bisschen härter um. Und dann ist die Frage, ist all diese Freundlichkeit, die du halt vorher ausgedrückt hast und auch gleichzeitig die Unfreundlichkeit der Mittelfinger im Straßenverkehr, ist die wirklich ehrlich? Also ist diese Freundlichkeit, ganz besonders, ist diese Freundlichkeit gegenüber anderen Menschen ehrlich oder ist das einfach nur eine Fassade? Wenn du halt diese Unfreundlichkeit bei jemandem anderen rauslassen kannst, bei dem du das Gefühl hast, bei dem kannst du wirklich du selbst sein, in Anführungszeichen. Das heißt, du kannst mit diesem Menschen genauso sprechen, wie du mit dir selber sprichst. Und das ist das, wo jetzt gerade, also das war so der Mic-Drop-Moment hoffentlich, wo der Groschen vielleicht bei dir fällt. Weil wenn du mit anderen, mit deinem besten Freund halt so hart sprichst und dann sprichst du halt mit dir selber so, dann denkst du halt über dich selber so. Weil das Ding ist, das, was du in der Welt kreierst, all die, von mir aus die positiven Dinge, aber auch die negativen Dinge, so all das, was du kreierst, wenn du jemandem auf die Zwölf hauen möchtest, wenn du jemandem die Nase brechen möchtest, was auch immer, dann muss in dir erstmal Hass sein. Dann muss in dir erstmal Wut sein. Du musst das erstmal in dir selber als Emotion kreieren. Das heißt, es muss schon als bei dir, wenn du jemand bist, der ständig wütend ist oder ständig aggressiv ist oder irgendwie, wenn du jemanden kennst, der ständig irgendwie gewalttätig ist, dann hat dieser Mensch, dann muss dieser Mensch erstmal Wut in sich selbst kreieren. Und dieser Mensch schadet sich selber damit. Dieser Mensch trinkt sein eigenes Gift. Und das ist halt dann auch, daher, wir haben ja vor, weiß nicht, vier Wochen oder so eine Folge über Projektionen gemacht. Hör dir die dazu nochmal an. Das ist einfach so ein wichtiges, ein wichtiges Ding zu wissen, dass wir im Prinzip die Welt halt nur aus uns selber heraus betrachten. Aber hör dir die Folge dazu an. Aber das, worauf ich jetzt nochmal unterm Strich kommen möchte, ist, wenn du halt mit anderen Menschen, wie du mit anderen Menschen sprichst, so sprichst du mit dir selber auch. Und das, was Andi gerade gesagt hat, es ist doch viel 20 Mal wertvoller, 20 Mal herzlicher. Mit jemandem liebevoll zu sprechen. Jemandem, so deinen besten Kumpel anzurufen und ihm zu sagen so, weißt du was, ich hab dich lieb, Mann. Danke, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass wir all diese krassen Momente erlebt haben, erleben durften. Richtig, nice. Schön, dass es dich gibt. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du mein Freund bist. Danke, dass du an meiner Seite stehst. Dankbarkeit. Liebe. Das ist so, und gerade halt auch so, und ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst war, Andi, aber ob du das halt so mit, ob du die 20, das 20-fache, also halt ein Vielfaches, ganz bewusst genommen hast, weil wenn wir uns, genau intuitiv, weil Liebe halt einfach stärker schwingt als all dieser Stolz. Oder also das, was wir halt so als Selbstbewusstsein fälschlicherweise oftmals wahrnehmen, Stolz, wie wir in der, worüber ich in der letzten Selbstbewusstseins- Spezialfolge gesprochen habe, du siehst das, vielleicht können wir das einblenden oder so, aber du siehst ein buntes Dreieck auf dem Thumbnail von der Folge. Da spreche ich über die Bewusstseinszustände und damit auch Emotionen. Und wir glauben fälschlicherweise sehr oft, dass diese Emotion von Stolz selbstbewusst ist, Selbstbewusstsein ist. Aber Stolz ist komplett im Ego. Stolz sagt, ich bin besser als du und ich darf niemanden an mich ranlassen. Das ist eine Mauer vor unserem Herzen im Prinzip. Aber gerade diese Dankbarkeit oder zu sagen, jemandem zu sagen, jemandem dankbar zu sein, jemandem zu sagen, dass du ihn lieb hast, das öffnet dein Herz. Und das ist das, warum halt so unter besten Freundschaften dann halt auch, warum das halt dann vielleicht oftmals schwer ist, weil wir sind das nicht gewohnt. Wir sind halt eher gewohnt, mit diesem Menschen, wie ich gerade schon gesagt habe, zu sprechen, wie wir mit uns selber sprechen. Aber wir sprechen mit uns selber nicht so liebevoll. Deswegen fällt es uns auch schwer, dann unser Herz zu öffnen vor jemandem, der uns wirklich kennt, weil wir tatsächlich, oder der uns wirklich kennt auch in Anführungszeichen, weil wir tatsächlich so viel Angst davor haben, gesehen zu werden. Gesehen zu werden, wer wir wirklich sind. Und erst, wenn wir bereit sind dafür, all diese Mauern, diese Fassaden, diese Masken abzulegen, sind wir wirklich angekommen. Authentisch. Wir selbst. Und können dann auch, also kultivieren dann tatsächlich auch erstmal wirklich in unserem Leben Selbstliebe. Und können dann auch erstmal verstehen, was Liebe überhaupt ist. Weil vorher, was 99% der Menschen unter Liebe verstehen, ist eigentlich nur Abhängigkeit. Sie lieben die andere Person einfach nur mit dem Geschmack von Angst, sie zu verlieren. Mit dem Geschmack von Angst, dass sie nie wieder jemand anderen finden. Und das ist nicht Liebe. Das ist Angst. Der eine Tropfen Angst von mir aus in diesem Pool von Liebe zu dieser anderen Person. Der macht das Ganze abhängig. Aber wenn du wirklich selbst Liebe kultivierst, dann bist du auch automatisch, kommst du immer mehr in die emotionale Unabhängigkeit. Das, worüber wir schon seit 128 Folgen sprechen, hier in diesem Podcast. Emotionale Unabhängigkeit. Das, wo du wirklich in Frieden, Freiheit und Liebe existierst. Und automatisch die Frauen in dein Leben ziehst, die richtig für dich sind. Es ist, dann passiert wirklich Magie. Ja, also, ja, jetzt habe ich hier viele, viele Knoten hier oder viele Pfade hier gerade aufgemacht. Aber es führt halt alles zu diesem, zu diesem Punkt. Fang mit dieser Dankbarkeit an. Sei dankbar für das, was du, was du jetzt schon bekommst, für die, für die tollen Momente, die du jetzt schon erlebt hast. Und auch, wenn du sie vielleicht noch nicht erlebt hast, wenn du vielleicht noch irgendwie gar keinen Kontakt zu Frauen hattest, da gibt es auch etwas, wofür du dankbar sein kannst. Vielleicht, dass du jetzt gerade auf, zum Beispiel auf diesen Podcast gestoßen bist oder unsere Videos hier schon länger verfolgst. Sei dankbar dafür, dass dein Unterbewusstsein dir sagt so, schau mal, da ist mehr für dich drin. Da ist mehr für dich drin. Du, du hörst dir nicht, also hoffentlich, nicht irgendwie Informationen an, die halt mehr manipulativer Natur sind, sondern Informationen wie diese hier, die sagen, dass, dass du und die Frau im selben Boot sitzt. Ihr beide wollt Liebe. Ihr beide wollt zueinander finden. Ihr beide habt Angst. Ihr beide habt diese Unsicherheit. Und es ist an dir, diese Unsicherheit zuerst zu überwinden. Egal, ob du Mann oder Frau bist. Wie Andi halt immer sagt. Wer macht den ersten Schritt? Du. Egal, ob du Mann oder Frau bist. Ja. Es gibt tausend Sachen, wofür du jetzt im Moment dankbar sein kannst. Und diese Dankbarkeit, die zeigen wir tatsächlich, auch wenn das in dem Moment, wo du den Mangel verspürst, schwer zu greifen ist, die zeigen wir komplett ohne Ergebniserwartung. Das heißt, wir sagen dann nicht, okay gut, ich muss dankbar sein, damit es endlich vorwärts geht, muss ich jetzt dankbar sein. Dann hast du es auch nicht verstanden. Dann bist du immer noch im Mangel. So, darum sagen wir Vertrau auf den Prozess. Prozessabhängigkeit, nicht Prozessabhängigkeit, Entschuldigung, Entschuldigung. Prozessorientiertheit, das ist der Weg. Ergebnisabhängigkeit, das führt dich immer wieder dazu, dass du abhängig bist von den ganzen Mängeln, die du fahrnimmst. Aber wenn du den Prozess als Ziel anvisierst, ich möchte einfach nur besser werden. Derjenige, der die Reise liebt, kommt weiter als derjenige, der das Ziel erreichen möchte. Immer. Weil selbst wenn du das Ziel erreichst, da du die Reise liebst, wirst du noch weiter hinausschießen. Und das ist das eigentliche Ziel, dass wir nicht daran arbeiten, bessere Techniken zu erlangen, mehr Wissen zu erlangen, das System auszudribbeln. Nö. Die Frage ist nicht, wie muss ich das und das erledigen? Wie muss ich sie rumkriegen? Wie muss ich meine Persönlichkeit verbessern? Nein, nein, nein. Die Frage ist immer, wer? Wer muss ich werden? Welcher Mann ist der Mann, der die Frau ohne Probleme anziehen würde? Wie kann ich dieser Mann sein? Das ist eine Frage, die wir uns stellen können. Aber die eigentliche Frage dahinter ist, wer muss ich sein? Zu wem darf ich werden? Wer ist der Kerl, den ich eigentlich immer gerne als Vorbild gehabt hätte? Mein eigener, mein Andreas, mein Andy, von früher, als ich den nicht hatte, dass ich damals ein Vorbild gehabt hätte, der mir gezeigt hätte, guck mal, so musst du das machen, mein Lieber. Dieser Mann, der wirst du irgendwann mal sein. Entweder du wirst eine Enttäuschung sein für deine Nachfahren und für deine Freunde und deine Familie oder du wirst dein Vorbild sein. Etwas dazwischen gibt es nicht wirklich. Wenn du dazwischen bist, dann bist du wie alle anderen auch unzufrieden mit dir und damit bist du kein Vorbild. Also entweder du wirkst als Vorbild und du arbeitest daran, dieser Mann zu werden. Ja, dann musst du dich auf den Prozess verlassen können. Und wenn wir sagen, verlasse dich auf den Prozess, dann heißt das zum Beispiel hier gerade, dankbar zu sein für das, was wir schon haben, ohne etwas zurückzuverlangen. Das kannst du machen mit einem Dankbarkeitstagebuch. Das kannst du machen, indem du morgens eine Morgenroutine hast mit den drei Powerfragen nach Tony Robbins. Also die drei Powerfragen sind, wofür bin ich heute dankbar? Worauf freue ich mich am meisten? Und wozu verpflichte ich mich heute? Das sind die drei Powerfragen. Die kannst du jeden Morgen in dein Buch schreiben. Schreibst du eine Seite, zwei Seiten, vielleicht drei, wie auch immer. Dauert eine Viertelstunde. Drei Powerfragen. Du kannst das Ganze auch abends machen. Du kannst es auch für dich alleine machen. Du kannst es in einer Meditation, du kannst eine Dankbarkeitsmeditation machen. Du kannst es dir selber sagen, wofür bin ich heute dankbar? Und dann sagst du es dir selber auf. Oder du sagst es deiner Partnerin auf. Meine Partnerin und ich, wir wechseln oft die Worte, wofür bist du heute dankbar? Und dann erzählen wir es uns gegenseitig. Ich kann nicht sagen, dass ich das jeden Abend mache, aber mindestens jeden dritten Abend liege ich da und bevor ich schlafen gehe, zähle ich alles auf, wofür ich heute dankbar bin. Ich schlafe besser. Das hat einen unglaublichen Wert. Und es ist prozessorientiert. So die Sachen, die wir hier immer wieder predigen, das sind nicht Dinge, die du machen musst und wir machen sie nicht. Das sind Dinge, die wir genauso machen müssen. Ansonsten hätten wir nicht den Erfolg, den wir haben. Die Regeln sind für alle gleich. Same, same. Und auf den Prozess zu vertrauen in dem Moment, wo der Prozess so weh tut, das ist genau das, was dich unterscheidet von denjenigen, die halt keinen Erfolg haben. Weil die geben dann halt auf. Und das warst du vielleicht bisher. Warst halt derjenige, der aufgegeben hat, als es schwer wurde. Okay, fein. Aber das warst du in der Vergangenheit. Die Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Es sei denn, du lässt sie. Aber du kannst genauso, wie du sagst, ja, die Vergangenheit bestimmt meine Zukunft, es wird auch in Zukunft so sein, kannst du auch sagen, nein, die Vergangenheit bestimmt nicht meine Zukunft, es wird in Zukunft nicht so sein. Wie Dominik immer sagt, und das ist ja auch nichts, was er erfunden hat, sondern das wissen die Menschen, seit sie hier auf dem Planeten wandeln, zwischen Reiz und Reaktion, zwischen dem kleinen Zwischenraum steht die Entscheidung. Du hast den Reiz, der Reiz ist, oh Mann, hier ist doch alles kacke, sagt die Stimme. Okay, jetzt könnte ich darauf reagieren und sagen, ja, du hast recht, hier ist alles kacke. Oder hier ist der Zwischenraum. Bevor ich reagiere, sage ich, stopp. Das war's vielleicht, aber wird's in Zukunft nicht mehr sein. Wofür bin ich dankbar? Dafür, 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 dafür. Also gerade dieses, diese, also gerade dieses zwischen Reiz und Reaktion ist der Raum der Entscheidung, wie auch Viktor Frankl, der damals ja seine, als KF, äh, als KFZ, KZ. Als KFZ, wahrscheinlich. Als KZ-Innen-Sasse damals auch seine gesamte Familie verloren hat. ähm, der dann, und auch sehr gedemütigt wurde von den, von den Wächtern dort damals und so weiter, der dann gesagt hat, ähm, sie können mir meine Würde nicht nehmen. Also gerade diese, äh, wie heißt das, ich glaube, Logo, 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 Logotherapie, glaube ich. Logopädie? Ähm, nee, nee, Logopädie, also genau diese Lehre, also die, die Lehre des Sinns. Oh, okay. Ähm, die er, die er entsprechend in die moderne Psychologie mit reingebracht hat. So, das zu, das zu anerkennen, dass zwischen Reiz und Reaktion der Raum der Entscheidung liegt, ist eine der größten Entdeckungen, das muss man sich mal reinziehen, eine der größten Entdeckungen in der modernen Psychologie, also in den letzten 70, 80 Jahren. Und, das, aber genau das, wie Andi gerade schon sagt, ist halt so seit Beginn der Menschheit bekannt. So, seit Menschen sich mal hingesetzt haben und mal so geschaut haben, dass sie ja gar nicht auf die ganzen Reize reagieren müssen, sondern wenn sie halt nicht drauf reagieren, dann zum Beispiel der Schmerz aufhört und das, das Leid nicht beginnt, weil Leid ist die Entscheidung. So holst du dir deine Macht zurück. So holst du dir das zurück, was dir die ganze Zeit abhandengekommen ist. Und du denkst, die anderen sind schuld und Frauen sind so und die anderen sehen viel besser aus als ich. Damit gibst du jedes Mal deine Macht ab, die Kontrolle ab. Okay, gut, dann habe ich halt gar keinen Einfluss. Du machst dich selber schwach. Inakzeptabel. Wenn wir einfach nicht mehr darauf reagieren, auf den Schmerz, dann hat das Leiden auch keine Chance mehr. Denn Leid, wie gerade schon gesagt, Leid ist die Entscheidung, im nächsten Moment immer noch im Schmerz zu bleiben. Aber der Schmerz ist einfach nur eine weitere, also sei es einfach ein körperlicher Schmerz oder ein emotionaler Schmerz, eine Körperempfindung. Das ist einfach nur eine Wahrnehmung eines Sinnes von dir. Genauso wie du kein Problem mit dem Baum vor deinem Fenster hast, kannst du auch kein Problem damit haben, wie du dich gerade über eine Sache fühlst. Es ist einfach nur ein weiteres Ding im Universum. Und wenn du zwischen diesem Reiz von irgendwie, keine Ahnung, sie hat mir gerade einen Korb gegeben. So, das ist der Reiz. Und dann kommt so direkt dieses Gefühl von, keine Ahnung, von Scham, von Reue, von Schuld, von nicht gut genug sein oder sowas. Irgendeine Form von Schmerz. Und du beobachtest es einfach nur. Ach, guck mal, jetzt ist das schon wieder da. Naja, gut, ich hole mir mal einen Kaffee. Je öfter du das machst, desto weniger Rezeptoren wird dein Körper da zur Verfügung haben, um auf diesen Bulsch zu reagieren. Du wirst mehr in die Aktion kommen. Du wirst mehr in den, wie es immer so schön heißt, in den Fahrersitz, auf dem Fahrersitz deines Lebens sitzen und endlich die PS auf die Straße kriegen. Und das ist so die größte, also eine der größten Aha-Momente im Leben eines jeden Menschen, der auf der Reise der Persönlichkeitsentwicklung ist, der auf der Reise, der auf der Reise ist, mehr zu sich selbst zu finden. Das ist oftmals so der erste Step, wo sie das größte Aha-Erlebnis haben. Dass sie komplett Kontrolle über ihr Leben haben. Dass all das, was sie vorher gehört haben oder irgendwie kopiert haben von anderen, einfach nicht für sie passt und nicht wahr ist, sondern dass du die Kontrolle über dein Leben hast. Das ist eine so geile Nachricht, finde ich. Weil du kannst darauf bestimmen, wie du auf eine Sache reagieren möchtest. Darüber haben wir schon öfter hier gesprochen. Selbstwertförderlich oder selbstwertzerstörend? Du sprichst eine Frau an und sie ignoriert dich und du kannst halt sagen, ja, kein Wunder, weil ich bin halt x, y und z und kein Wunder, dass sie nicht auf mich reagiert. Oder du kannst sagen, süß, sie ist so schüchtern, dass ein Mann, wie ich sie anspricht, dass sie keine Ahnung hat, wie sie darauf reagieren soll. Und deswegen entscheidet sie sich gerade für eine Schockstarre. Ich lasse sie mal in ihrer Schockstarre, bis sie sich beruhigt. Das ist selbstwertförderlich. Beides hat mit dir zu tun. Also in beiden Fällen bist du halt das Zentrum ihrer Reaktion. Aber in einem Fall bist du halt der Grund, warum sie negativ in deiner Wahrnehmung reagiert hat. Und im anderen Fall bist du der Grund, warum sie positiv auch in deiner Wahrnehmung reagiert hat. Welches davon ist richtig? Keines. Macht keinen Sinn. Ist völlig egal. Ist völlig egal. Also es macht keinen Sinn, die Frage zu stellen, was ist richtig. Aber was fühlt sich für dich besser an? Das ist die Frage, die du dir stellen darfst. Machen diese Gedanken, diese Gefühle, die ich gerade habe, fühlen die sich gut für mich an? Wenn nein, dann haben die keinen Platz in dir. Jeder Gedanke, jede Information, die sich in deinen Geist reinschlängeln möchte, dass du nicht gut genug bist, ist eine Kontamination deines Unterbewusstseins und gehört auf den Müll. Du bist gut, so wie du bist. Du warst immer gut, so wie du warst. Und du wirst immer gut genug sein. Es gibt nichts auf der Welt, was deinen Wert verringern kann. Es sei denn, du lässt es. Und die Entscheidung, ob sie jetzt weggeguckt hat, weil sie dich mochte und schüchtern war oder ob sie weggeguckt hat, weil sie dich nicht mochte und deswegen Reiß ausnehmen wollte. Das ist keine Entscheidung, auf die du stolz sein kannst, wenn du dort absichtlich selber den Kürzeren ziehst und sagst, ja, ja, also die wird bestimmt nicht auf mich stehen. Die hat aber keinen Bock auf mich gehabt. Oder um es mal neutral zu sagen, ich bin einfach irrelevant für sie. Du kannst dir nicht einen drauf aufgeilen, der Realist in der Runde zu sein. Ich weiß, das ist so ein Statussymbol, das wir uns selber gerne geben. Ich bin weder Pessimist noch Optimist. Ich bin einfach Realist. Bullshit. Bullshit. Nee, nee, nee. Das, was du da in dem Moment tust, ist, du wirklich, du geilst dich dann darauf auf. Das hört sich jetzt total krass an. Also ich meine das wirklich so. Nimm das einmal einfach als Modell. Fühl dich gar nicht angesprochen. Ein Mann, der sich selber immer wieder sagt, ich bin wenigstens x. Ich bin wenigstens ehrlich. Ich bin wenigstens treu. Wenigstens bin ich nicht einer von denen, die Frauen verarschen. Wenigstens bin ich nicht einer von diesen, ja, esoterischen Hippies, die denken, Friede vor der Eierkuchen, die Welt ist so super toll. Bullshit. Ich sehe, dass es schlimme Sachen auf der Welt gibt. Also bin ich Realist. Und sobald du anfängst, dich selber so zu unterscheiden von anderen, wenigstens bin ich nicht so. Ich bin so. Schneidest du dir selber die Beine ab. Weil du beschränkst dich auf eine Persona, auf ein Set an Charaktereigenschaften, welcher dich in eine Box sperrt, wo du schwer rauskommen kannst. Es sei denn, du definierst dich neu. Und das willst du ja nicht, weil diese Identifikation gibt dir ja Halt. Ey, wenigstens bin ich nicht der. Wenigstens bin ich der. Und weil dir das Halt gibt, willst du diese Persönlichkeit auch nicht loslassen. Aber was wäre, wenn du erfahren würdest, dass tatsächlich diese eine Frau auf dich stand? Wie würdest du dann reagieren? Ich weiß, wie du dann reagieren würdest, weil ich oft mit dir rede. Mit dir und den Männern wie dir. Weil ich auch selber oft mit mir selber diese Unterhaltung geführt habe. Und weil wir in der Flirt-de-Brund-Karism-Analyse jeden Tag solche Männer bei uns haben, die uns sagen, ja gut, da war diese eine Frau, die mochte mich dann, Komma, aber zum Schluss hat es doch nicht geklappt. Das heißt, selbst wenn es gut läuft, ist da direkt die Angst, ja, aber ich werde es verkacken. Oder ja, aber sie wird ja dann doch kein Interesse an mir haben. Und dann ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und noch bevor es zwischen euch beiden funken kann, zerstörst du es selber, du schneidest dir die Beine ab. Und du lässt es gar nicht erst zu, dass es zwischen euch klappen kann. Erfolgsangst. Noch bevor es überhaupt passieren kann, nimmst du die Chancen weg, dass es passieren wird. Und dadurch passiert es erst recht nicht. Diese Identifikation, die ist sehr schädlich für dich, für deinen Erfolg, für deine Zufriedenheit. Ja, es gibt uns Halt. Es ist besser als nichts. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind und wir sind in einer chaotischen Welt, wo wir jederzeit Leid erfahren können, dann hilft es zu wissen, okay, wenigstens bin ich ein guter Mensch zu meinen Mitmenschen. Wenigstens ist auf mich Verlass. Ja, das gibt uns Halt. Aber das ist nur die erste Stufe der Entwicklung. Bleib da nicht stehen. Das ist so, als ob du dein, als ob du, du konntest früher nicht, nicht, nicht gehen. So, du musstest erst mal krabbeln lernen. Und jetzt kannst du krabbeln. Und das ist toll, weil immerhin kannst du krabbeln. Du bist jetzt nicht mehr nur, liegst nicht nur auf dem Rücken und heulst und wartest darauf, dass sich jemand aufhebt. Aber es gibt noch einen Schritt danach. Man kann auch gehen. Man kann sogar rennen. Du kannst sogar dir ein Fahrrad schnappen. Du kannst sogar einen Führerschein machen und mit dem Auto fahren. Du kannst sogar einen Pilotenführerschein machen und fliegen. Also es geht noch weiter. Sei nicht so stolz darauf, dass du krabbeln gelernt hast. Sei nicht so stolz darauf, dass du sagst, ey, immerhin ist auf mich Verlass. Immerhin bin ich nicht einer von den Typen, die Frauen verarschen. Toll, Alter! Entwickel dich weiter. Das ist nichts, worauf wir stolz sein müssen. Immerhin verarsche ich keine Frauen. Wow, du erfüllst das absolute Minimum. Das ist nicht, worauf wir stolz sein können, mein Lieber. Ich weiß, das ist etwas, wo wir sagen können, ey, das sind meine Werte. Und Werte zu haben ist auch gut. Ist auch nobel. 100%. Aber gleichzeitig hast du auch andere Werte und da bist du gar nicht ehrlich mit dir. Denn diesen Werten wirst du nicht treu. Du hast nämlich wahrscheinlich auch den Wert, zu dir selber zu stehen oder zu deiner Meinung zu stehen oder für Dinge einzustehen. Oder da ist wahrscheinlich irgendwo versteckt einer dieser Werte. Mutig zu sein, andere vielleicht sogar zu beschützen. Aber für dich selber einzustehen, für das einzustehen, woran du glaubst, tust du nicht. Tag ein, Tag aus. Ist da diese Frau, die du magst und du zeigst es ihr einfach nicht. Und wenn du es ihr zeigst, dann glaubst du nicht, dass es funktioniert und du verkackst es dadurch. Und du hältst diesen Wert nicht ein. Und deswegen magst du dich selber nicht. Also guck mal, mein Lieber, wir sind sowieso schon den ganzen Tag lang schlecht zu uns selber. Ja, wir reden schlecht mit uns selber. Also Andi und ich. Ja, genau. Nur wir. Wir reden schlecht zu uns selber. Wir halten uns nicht an unsere Vorsätze, an unsere Werte. Und während wir all das machen, denken wir auch noch, es sei nobel, dass wir uns von anderen unterscheiden würden und halten uns für Realisten, weil wir halt nicht sagen, dass die Frau, die gerade weggeguckt hat, nicht auf uns stand. Das ist nichts, worauf wir uns auf die Schulter klopfen können. Ob wir es jetzt, um den Kreis zu schließen, um die, wenn die Frau, die du gerade angeschaut hast, weggeguckt hat. Ob sie jetzt weggeguckt hat, weil sie schüchtern war und weil sie dich aber mochte oder weil sie weggeguckt hat, weil sie dich nicht mochte und oder weil sie weggeguckt hat, weil du einfach irrelevant bist. Alle drei Möglichkeiten sind möglicherweise echt. Es ist unsere Entscheidung, was wir in unserem Kopf mit unseren Gedanken jetzt anfangen, damit wir eine bessere Zukunft erschaffen. Für unsere Version in der Zukunft. Für die Frau, die wir später mal heiraten werden. Für die Familie, die wir später mal gründen werden. Das ist unsere Verantwortung. Das können wir machen. Und ja, es ist 100% okay und auch mit unseren Werten vereinbar, da jetzt etwas selbstwertförderliches hineinzuinterpretieren und zu sagen, ey, vielleicht hat sie ja weggeguckt, weil sie gerade schüchtern war, weil sie mich mochte. Kann sein. Kann sein. Ich glaube da jetzt einfach mal dran. Und wenn das dann mal passiert. Sich es besser anfühlt. Nicht nur, weil es sich besser anfühlt, weil es dann auch tatsächlich öfter passiert. Das ist es ja. Wenn du dem Prozess vertraust, passieren diese Dinge auch. Das sind Nebeneffekte, die einfach so geschehen. Das erzählen unsere Teilnehmer nonstop. Das hat der Sascha erzählt, das hat der Thomas erzählt. Das sagen alle Männer, die mindestens in Woche zwei angefangen haben, andere Menschen zu grüßen. Und irgendwann fangen andere Menschen an, sie zurück zu grüßen. Oder sie fragen, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, was eine der Challenges. Aber ich halte es mal ein bisschen geheim. Ich will es nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall fragen sie eine Frau eine bestimmte Frage in Woche vier und bekommen aber eine positive Antwort, die sie nicht erwartet hätten. Und die Frau will sie nicht gehen lassen. Die Frau ist dann so, Moment mal, wer bist du eigentlich? Und erzähl mal ein bisschen von dir. Warte mal, geh nicht weg. Wer bist du denn? Und sie wollen, die Frau wollen den Mann kennenlernen. Das erfahren Männer bei uns im Coaching ständig. So, jetzt ist es an deiner Entscheidung, ob du sagst, krass, wow, das ist ja eine krasse Erfahrung gewesen. Oh, das ist passiert. Die Frau mochte mich? Hammer. Völlig egal, ob danach was passiert ist, ob es geklappt hat oder nicht geklappt hat. Das ist geil. Mehr davon bitte. Der Prozess funktioniert. Ich will dem Prozess weiter vertrauen. Los geht's. Ich mach weiter. Das ist deine Entscheidung. Oder es ist deine Entscheidung zu sagen, ja, aber. Und dann passiert das halt nicht mehr. So, die Welt wird dich auch belohnen für die richtigen Dinge. Aber wenn du dann die Belohnungen nicht annimmst, wenn du sie dann nicht wertschätzt, gibt's keine weitere Belohnung. Das war's. Ne? Das ist die Moral der Geschichte. Und wenn dir das hier schon geholfen hat, wenn dir das schon einen, einen Motivationsschub gegeben hat, dann lass uns doch mal gerade, wenn du es auf YouTube schaust, lass uns mal gerade ein Like da. Das zeigt uns, dass wir dann mehr genau auch darüber mit dir, mit dir sprechen dürfen, dass wir genau wissen oder dass du uns, dass du uns zeigst. Das ist genau der, der Weg, der, der dir hilft, dich weiterzuentwickeln, dich, dich zu motivieren. Dann machen wir mehr Videos genau darüber, mehr Podcasts genau darüber. Und nicht nur das, Dominik, das fühlt sich ja auch für uns schön an. Also dieses mollige, warme Gefühl der Wertschätzung ist ja auch für uns angenehm. Und so viele, so viele von euch sagen es uns dann in Person, wenn wir dann miteinander arbeiten im Coaching, cool. Aber so viele von euch, denen werden wir nie zusammenarbeiten. Und euch gefallen vielleicht die Podcasts, euch gefallen die Videos. Und dann diesen kleinen Knopf da zu drücken auf deinem Bildschirm, das gibt uns etwas zurück. Das ist sehr, sehr schön. Also vielen Dank für die ganze Unterstützung und lass gerne bei uns einfach mal ein Like da. Es wäre schön, wenn dieses Video vielleicht 100 Likes bekommen würde. Das wäre doch was, oder? Hatten wir schon lange nicht mehr auf den Podcast folgen. 100, eine coole Zahl. Das wäre doch ein schönes Ziel hier. Ich werde ja in zwei Wochen und zwei Tagen heiraten, ne? Am 12. Oktober. Mal gucken, ob wir bis dahin 100 Likes auf dieses Video bekommen. Das wäre ein schönes Hochzeitsgeschenk für mich. Würde mich freuen. Würde mich freuen. Challenge accepted. Gut. Punkt drei. Die dritte Säule, die, wenn du sie in dein Leben integrierst, dann wirst du plötzlich sehen, dass Frauen dich links und rechts überall ansprechen, dass es für dich ein leichtes sein wird, Frauen in dein Leben zu ziehen. Und dafür lege ich alle Hände, die ich habe und alle Hände, die Andi hat, ins Feuer. Das ist etwas, und das ist eine Sache, die du wahrscheinlich noch nie irgendwo gehört hast. Aber sie ist so offensichtlich, sie ist von Trommelwirbel. Von der Passion. Von Leidenschaft. So. Und nicht wegschalten. Denn das, was du von Leidenschaft oder über Passion jemals gehört hast, ist wahrscheinlich nicht ausreichend dafür und dafür nicht ausreichend dafür, dass du es umsetzt. So. Wahrscheinlich hast du hier und da mal gehört, ja, okay, ich sollte eine Leidenschaft haben, eine Passion. Also ich benutze die beiden Worte jetzt mal einfach synonym füreinander. Ich sollte eine Passion haben, etwas, was größer ist als ich, eine Mission im Leben haben als Mann und so weiter. Das ist ja auch alles richtig, aber ich rede gar nicht von so etwas, sondern, oder auch wir jetzt hier, wenn wir gerade über diesen Punkt sprechen, sondern halt von dem Punkt, so, Passion beginnt erstmal so in jedem Moment. Also du hast, in jedem Moment hast du eine Million Möglichkeiten zu handeln und von all den Millionen Möglichkeiten, Passion bedeutet es alleine schon, dir eine Sache zu machen, von all den Möglichkeiten, die du jetzt gerade machen kannst, dir eine Sache zu machen, die dir ein bisschen mehr Lebensfreude gibt, ein bisschen mehr Liebe gibt, ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Frieden gibt, ein bisschen mehr, ja, Leben, ein bisschen mehr Leidenschaft gibt. Das ist das Einzige, was du einfach in jedem Moment, wofür du dich entscheiden darfst. So, macht es dir, also ein ganz banales Beispiel, wirklich. Macht es dir gerade mehr Freude, irgendwie neutral zu gucken, wie du vielleicht gerade guckst oder angestrengt zu gucken oder macht es dir mehr Freude, entspannt zu gucken, also deinen Gesichtsausdruck entspannt zu halten? Wenn es das ist, dann entscheide dich dafür. Wenn es dir mehr Leidenschaft gibt, angestrengt zu gucken, dann sei mein Gast und guck halt angestrengt. Es wird halt nur zu mehr Anstrengung führen. Aber Passion, Leidenschaft geht halt noch auf ein paar Ebenen drüber. Denn wenn du wirklich deine Leidenschaft lebst und im, ich weiß gar nicht, ist es im Sanskrit oder so oder halt auch irgendwie in der Bhagavad Gita und so weiter, da wird von den, also halt irgendwo Buddhismus, Hinduismus, wird vom Sidi gesprochen, also S-I-D-D-H-I geschrieben. Und das ist so dieser Punkt, wenn wir komplett unsere Bestimmung leben, komplett uns selbst entfalten. Und das sind so Momente, wo, und das habe ich mit so vielen Teilnehmern jetzt auch jetzt vor kurzem in den Einzelcoachings, die wir hatten, herausgefunden, dass es gibt eine bestimmte Art und Weise, wenn sie so handeln, dann können Frauen gar nicht anders oder andere Menschen gar nicht anders, als Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Und das kann zum Beispiel sein, dass es irgendwie, also jetzt zum Beispiel hatte ich jetzt vor zwei Wochen den Sascha bei mir und wir haben herausgefunden, dass Frauen ihn die ganze Zeit anlächeln oder auf ihn zukommen in dem Moment, in dem er komplett genießt. Indem er einfach so, vielleicht mit einem Kaffee irgendwo auf einer Bank sitzt und einfach den Kaffee genießt. Und er hat zig Beispiele dafür genannt, dass Frauen dann einfach Kontakt zu ihm auf, also einen Blickkontakt zu ihm aufbauen, ihn anlächeln, dass es einfach ein leichtes ist für ihn, dann einfach sie rüber zu winken, ein bisschen zu quatschen, Nummern zu tauschen. Und diese, das ist so kontraintuitiv für den Teil unseres Bewusstseins, der halt sagt, ich muss immer machen, immer ackern, immer arbeiten, ich muss mich immer aufopfern dafür, dass ich irgendeinen Erfolg habe. Genießen oder beziehungsweise genau diese Passion leben, ist so kontraintuitiv, aber so viel einfacher und so viel angenehmer, um irgendwie in Kontakt mit Frauen zu treten oder einfach entsprechend halt so dein Liebesleben in die Richtung zu entwickeln, in die du sie gerne hättest. Ich habe bei mir über die Jahre herausgefunden, dass Frauen auf mich zukommen, wenn ich anderen Menschen ermögliche, in meiner Gegenwart Spaß zu haben. Also nicht halt mich in den Mittelpunkt stelle, sondern die anderen Personen in den Mittelpunkt stelle und sie zum Strahlen bringe. Dann plötzlich kommen Frauen die ganze Zeit auf mich zu. Und jetzt am Vorfeld haben du und Anni, wir haben ja auch darüber gesprochen. Was wäre das so bei dir? Und das finde ich auch ganz interessant. Du hast da ein paar Geschichten erzählt. Ja, bei mir merke ich das, wenn ich anführe, in irgendeiner Kapazität, wo ich einen Beitrag für andere Menschen leiste. Das sind die Momente, wo Frauen einfach dieses Strahlen in den Augen haben. Das fällt jedes Mal auf. Ich habe ja einmal die Geschichte erzählt, vor ein paar Monaten, als bei der Partnerin und nicht gefahren sind. Und dann stand da ein Auto am Seitenstreifen und wir haben angehalten und das war ein indisches Pärchen. Und deren Motor war Schrott. Und dann konnten wir denen aber nicht mit dem Überbrückungskabel helfen. Das heißt, der musste eine komplett neue Batterie reinbauen. Und er hat dann ziemlich mutig von ihm gefragt, ob wir unsere Batterien tauschen können, damit er wenigstens zum Mechaniker fahren kann. Und das ging nicht, weil wir einen Termin hatten. Wir mussten nämlich einen gebrauchten, das war krass, das ist schon, wir mussten genau ein Jahr her sein. Wir mussten nämlich einen gebrauchten Weihnachtsbaum abholen, der in den Kleinanzeigen zum Verkauf stand. Deswegen habe ich ihm gesagt, pass auf, ich muss jetzt weiterfahren, ja, aber ich werde, das ist ganz in der Nähe, ich komme danach wieder hierher zurück, gib uns 20 Minuten und wenn dir bis dahin keiner geholfen hat, machen wir das, okay? Und ich habe ihm das versprochen und gesagt, vertrau mir, so machen wir das. Und natürlich ganz ehrlich ihm das so gesagt und er hat mir vertraut, okay, wir sind wieder losgefahren, haben den Weihnachtsbaum geholt, sind zurückgekommen und haben dann die Batterien getauscht. Und wir haben seine crappy Batterie bei uns eingebaut und ich habe meine gute Batterie bei ihm eingebaut und dann habe ich ihm gefolgt und wir sind dann zu ihm nach Hause. Der Mechaniker war schon lange nicht mehr auf, aber wir sind zu ihm nach Hause und dort haben wir wieder umgetauscht und ich habe meine Batterie wieder zurückbekommen und er hat sich tausendmal bedankt, tausendmal bedankt, die Frau auch. Und das war so ein Moment, wo dann meine Partnerin zu mir gesagt hat, das ist, warum ich dich liebe. Und solche Momente sind Momente, wo auch als Single. Ich erinnere mich zum Beispiel einmal, da waren wir alle im Studium und waren in einem Club feiern, welcher ein bisschen außerhalb der Stadt war. Ich habe ja damals in Siena in Italien studiert und der Bus, der zurückgefahren ist, der war rappelvoll, komplett voll. Und der Busfahrer hat gesagt, ich kann so nicht losfahren. Es müssen zehn Leute aussteigen, ansonsten fahre ich nicht los. Es kommen in ein paar Minuten, kommt ein neuer Bus. Ja, eine Viertelstunde oder sowas, kommt ein neuer Bus. Aber es müssen hier die Leute rausfahren, weil ansonsten kann ich nicht losfahren. Ich glaube wahrscheinlich, weil er, weil er wollte nochmal zurückkommen, um eine zweite Runde, eine zweite Fuhre zu machen, deswegen. Und, aber die Leute waren halt alle egoistisch und gesagt, nee, ich will hier mit dem fahren, wer weiß, ob es einen weiteren Bus geben wird und wollten halt nicht rausgehen. Und dann habe ich dort angefangen, allen Leuten ziemlich laut zu erklären, was gerade Phase ist und dass ein weiterer Bus kommen wird, aber dass jetzt zehn Leute rausgehen müssen, also raus mit euch, damit wir weiterfahren können, damit ihr fahren könnt und damit wir alle dann nachher auch noch wegkommen. Also du raus, erster, zweiter raus, komm, wir sind jetzt bei drei Leuten. Wer ist noch so gnädig auf? Vierte Person, fünfte Person, sechste Person, komm, ihr drei noch, dann haben wir es, dann kommen wir alle heute noch nach Hause. Und so habe ich das angeführt, dass alle dann rausgegangen sind von den zehn Leuten. Der Bus konnte zumachen, konnte losfahren. Und das war auch so ein Moment, wo mehrere Mädels dann direkt zu mir gekommen sind und so nach Rat gefragt und einfach so Riesenaugen und Grinsen und dann haben wir natürlich noch weiter miteinander gequatscht. Und das sind die Momente, wo ich merke, dass ich in meinem Element bin. Etwas voranzuführen, woran ich glaube, wovon andere auch profitieren können, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Das ist auch, warum ich das hier mache, diesen Job hier ausübe. Es gibt mir unglaublich viel. Also es gibt mir unglaublich viele Gespräche mit euch zu führen, sei es in der Flirtung und Charisma-Analyse oder dann einfach mit den Teilnehmern in unserem Coaching. Ich führe ja jede Woche mehrere Einzelgespräche und mit den Männern dann zu sprechen, was die alles für Fortschritte gemacht haben und wie weit die gekommen sind in ihrer Beziehung, in ihrem Datingverhalten, in ihren Ergebnissen mit Frauen oder auch in ihrer Beziehung mit ihrer Ehefrau oder Nochfrau. Das ist unglaublich. Das gibt mir einfach extrem viel. Aber es ist dieses, es gibt einen ganz coolen Film, den wird es wahrscheinlich schwierig sein zu finden. Es sei denn, du streamst ihn irgendwo. Ich weiß wirklich nicht, wo. Aber der Film heißt, ah, warte, es war nicht Life of Brian, aber es heißt so ähnlich. Ich weiß, Life of Brian ist Monty Python. Aber es heißt so ähnlich. Es heißt, ähm, The Book of Steve. Entweder The Book of Steve oder The Tau of Steve. Dankeschön. Genau. Und, äh, ja, ja, ist aus den 90ern oder Anfang 2000ern. Und, äh, und da gibt's zum einen einen ziemlich normalen Typen. Bisschen übergewichtig, ne? So jetzt kein beruflich krass erfolgreicher Typ. Eher, eher so wie der Dude, ne? Aus, ähm, ähm, na, wie heißt der andere Film? Egal, auf jeden Fall. Aber er, ganz genau. Also so ein, so ein normaler Dude halt. Und er ist aber sehr souverän mit Frauen. Er kommt einfach extrem gut bei Frauen an. Und seine Freunde fragen ihn, wieso, wie kann das denn sein? Und er gibt ihnen die drei Dinge, auf die sie sich, äh, fokussieren sollen. Wie man bei Frauen gut ankommt. Und eins von denen, von seinen drei Mantras ist, Frauen sollen dich sehen, während du in deinem Element komplett vertieft bist. Also während du eine Sache einfach extrem gut kannst. Völlig egal, was das ist. Ob das Tischlern ist, ob das Klavierspielen ist, ob das Golfen ist, ob, völlig egal was. Aber wenn jemand sieht, wie du etwas extrem gut machst und eben auch dein Herzblut da reinsteckst, einfach deine Passion da reinsteckst, dann ist das immer sehr attraktiv. Und das ist wahr. Das ist wahr. Also das ist nicht nur Hollywood, das ist tatsächlich so. Wenn andere sehen, wie du dein Herzblut in etwas reinsteckst mit Leidenschaft, warum ist das denn attraktiv? Naja, zum einen bist du damit komplett unabhängig von den Reaktionen anderer. Dir ist es wortwörtlich scheißegal, was andere über dich denken oder über deine Fertigkeiten denken, weil das Einzige, was dir wichtig ist, ist, dass du das, was du gerade machst, gut machst. Voll vertieft, komplett Hingabe. Du bist im Moment. Ja, präsent. Du denkst nicht über die Vergangenheit oder Zukunft nach. Genau, präsent. Du bist im Jetzt. Ja, ja. Und du hast Leidenschaft. Da ist, da ist Feuer. Und das finden, das finden Frauen einfach extrem anziehend. Ich finde das auch anziehend, wenn Frauen voll und ganz in jedem Element vertieft sind. Wenn meine Partnerin singt oder Musik macht und Gitarre spielt, verliebe ich mich jedes Mal. Das ist so geil. Und genauso ist es eben auch, wenn Frauen sehen, wie du eine Sache ganz gut kannst. Unter anderem, wieso Schauspieler und Musiker und Künstler bei Frauen immer so angehimmelt werden, ist, weil sie nicht nur voll und ganz in der einen Sache aufgehen, sondern es ist sogar auch noch eine Sache mit Bonuspunkten, wo man ihre Emotionen und ihre Leidenschaft sieht im Gesicht. Wenn ein Sänger auf der Bühne singt und sich die Seele aus dem Leib singt, da sieht man die Passion. Ein Fußballer, der ein Tor schießt und danach heulen die Männer und umarmen sich. Das ist sexy für Frauen. Weil das sind Männer, die sind voll und ganz auf ihrem Ziel eingeschossen, die sind im Prozess, die sind im Moment und sie zeigen die Emotionen ihrer Leidenschaft. Extrem attraktiv. Kannst du das in deinem Job machen? Kannst du das in deinem Hobby, in deinen alltäglichen Sachen, für die du brennst, auch machen? Ja, 100 Prozent. Es sollte aber etwas sein, für das du wirklich auch authentisch brennst. Wenn du jetzt einfach nur zufälligerweise ganz gut darin bist, Simpsons zu reparieren und das kannst du gut, aber ich meine, gut, das ist jetzt nicht deine absolute Leidenschaft, ja, dann wird das auch nicht so krass rüberkommen, wenn du einfach nur gut mit Computern bist und dann fragt die Kollegin nach Hilfe und du denkst dir, okay, gut, ich helfe ihr mal, aber okay, ich mach das mal für sie, ich kann das ja. Das wird wahrscheinlich auch nicht so attraktiv sein, weil du in dem Moment ja auch irgendwie gut dastehen willst vor ihr oder irgendwie punkten willst. Das ist nicht, wovon wir sprechen. Wir sprechen davon, dass du zu sehen bist, ohne dass andere dich dafür gerade brauchen. Und du machst es einfach nur, weil du daran glaubst. Extrem sexy, wenn du da dein Herzblut reinsteckst. Ja, Leidenschaft. Ich spreche tatsächlich noch von einer Sache, die noch mal da drüber schwebt. Also das ist absolut richtig, genau diese Sachen, die dir als Aktion Leidenschaft bringen, aber auch das Beispiel, was du gerade genannt hast, Andi, mit der Führung da übernehmen. Im Moment sein. Also da warst du im Moment. Das war deine Essenz, die da zum Strahlen gekommen ist. Genauso wie jetzt mit dem Beispiel mit dem Sascha. Seine Essenz war dann das Genießen. Im Moment genießen. Und das sind halt so Sachen so, okay, kann ich beruflich genießen und Frauen sehen mich dabei. Das ist da ein bisschen schwerer. Also ich rede tatsächlich von Charaktereigenschaften, die einzigartig für dich sind. Also zu dem ist es noch so. Also natürlich so, wenn du irgendwie eine handwerkliche oder eine Leidenschaft hast, wo man dir bei zuschauen kann. Sehr gut. Geht noch von einer Ebene drüber. Etwas, was genau deine Essenz ist. Und das gilt es herauszufinden. Aber was genau das Beides bei dir ist, das weißt du jetzt vielleicht gerade. Vielleicht hast du schon die erste Impulse. Cool. Schreib es uns gerne in die Kommentare, wenn du da schon was hast. Wenn du dazu noch Hilfe brauchst, ja dann komm auf flirtanalyse.de und sprich mit uns. Wir finden das gemeinsam mit dir heraus. Wir finden heraus, wo genau deine Essenz ist, damit du das mehr verkörpern kannst. Vielleicht ist es halt auch die Führung zu übernehmen. Und du könntest jetzt sagen, okay, ich kopiere das mal von Andi. Aber das ist nicht wirklich deine Essenz. Das bist vielleicht nicht du. Das ist halt auch völlig okay. Weil wir haben ja schon einen Andi. Wir brauchen nicht noch einen zweiten. Wir brauchen einen dich. Und lass uns herausfinden, was genau deine Essenz ist. Und wenn du sie lebst, garantieren wir dir, Frauen werden automatisch auf dich zukommen. Und wie Andi gerade schon gesagt hat, wenn du einfach dann im Moment bist und strahlst und in der Passion lebst. Menschen können nicht anders, als dir ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Menschen lieben das, wenn jemand seine Passion lebt. Das muss gar nicht mal so riesig groß sein. Weißt du, da kommt wieder der Perfektionist in den meisten von uns heraus, die gerade an der Stelle Dominik zugehört haben. Nein, 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 nein. Das muss nicht so krass sein. Boah, ich muss meine Passion finden. Ich muss meine Werte finden. Nein, 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 nein. Ich gebe dir mal ein paar andere Beispiele, die wirklich deutlich kleiner angesiedelt sind. Ich habe auch einmal einen richtig coolen Beitrag auf Reddit gelesen, wo auch stand, hey, Mädels, woher wusstet ihr, dass ihr euch in euren Mann verliebt habt? Extrem interessanter Beitrag, habe ich durchgelesen. Jeder zweite der Kommentatoren der Mädels hat gesagt, ich habe gesehen, wie er X gemacht hat. Und das fand ich ultra sexy. Zum Beispiel, ich finde es sehr, sehr attraktiv, wenn er in einem Buch vertieft ist. Das hat nicht nur eine geschrieben. Das heißt, einfach nur die Präsenz für etwas anderes ist extrem attraktiv. Oder wie er mit meinen Kindern spielt. Wenn er einfach mit den Kids spielt und Zeit mit ihnen verbringt und voll und ganz die Aufmerksamkeit den Kids widmet und mit ihnen lacht und rumtobt. Sehr attraktiv. Es ist deswegen, weil er voll und ganz da drin vertieft ist. Das muss nichts Krasses sein. Tischler, wenn mein Mann halt Tischler und dann voll und ganz vertieft ist und dann hier und er hammert und dann da was absägt. Es können die kleinsten Sachen sein. Und es muss nicht mal etwas sein, wo du ein krasses Hobby entwickeln musst. So vertieft zu sein, in etwas präsent zu sein, kannst du wortwörtlich auch mit allem machen. Das ist die Kunst der Präsenz. Das können wir auch im Gespräch. Das ist, warum Menschen immer wieder sagen, ich finde es sehr attraktiv, wenn jemand Augenkontakt halten kann. Was ist denn bitte guter Augenkontakt? Es ist nicht, ich starr den Menschen an, weil es eine Technik ist. No, es ist, ich bin voll und ganz gerade bei dir. Ich bin präsent. Ich widme dir meine Aufmerksamkeit. 100 Prozent. Und nicht nur widme ich dir meine Aufmerksamkeit. Ich habe keine anderen Gedanken wie, wie reagieren andere gerade auf mich? Siehe ich gut aus? Was denkt ihr über mich? Starre ich zu viel? Komm schnell, erfind irgendwas, sag irgendwas Interessantes, bevor das Gespräch langweilig wird. Du musst das Gespräch aufrechthalten. All diese Gedanken, diese Zusatzgedanken, das sind alles Zeichen dafür, dass du gerade nicht präsent bist. Wenn du präsent bist, dann denkst du an gar nichts. Dann schaust du sie einfach nur an und genießt vielleicht sogar. Wie Sascha das gesagt hat oder was wir ja auch bei uns in Florenz immer wieder sagen. Genießen ist die Präambel zu den vier Kapiteln der modernen Romantik. Zuerst kommt Genuss, danach kommt das Entdecken, danach das Verehren, das Teilen, das Verabschieden. Ohne Genuss können wir doch gar nichts entdecken. Erstmal dürfen wir einfach da sitzen oder stehen und alles genießen, was gerade um uns herum ist. Die Vöglein zwitschern, die wunderschöne Frau, die hier gerade vorbeiläuft. Oh, ihr sommerliches Kleid im Wind weht. Sie läuft ein bisschen langsamer. Sie lächelt wegen irgendetwas. Warum lächelt sie? Entschuldigung. Du hast ein wunderschönes Lächeln, das muss ich dir einfach nur sagen. Ich will gar nichts von dir. Du musst es einfach nur sagen. Und dann bedankt sie sich und merkt, dass du wirklich nichts weiteres von ihr wolltest, weil du es einfach nur genossen hast. Dann geht sie weg und dreht sie sich nochmal um. Und du lächelst so nichts einfach nochmal und bleibst stehen. Und sie geht weiter und dreht sich nochmal um, weil sie so verwirrt ist. Wollte der wirklich nichts weiter von mir? Ja, ich wollte wirklich nichts weiter von dir. Ich musste das einfach nur sagen, weil es ein Ausdruck meines Genusses war, weil ich so im Präsent im Moment war. Das sind die Dinge, die uns gar nicht auffallen, wenn wir nicht genießen. Die schönen Frauen um uns herum, die schönen Menschen, die Pärchen, die ganzen Pärchen, die den ganzen Tag um uns herum auch laufen. Das fällt uns nicht auf. Und dann denken wir, boah, er ist heutzutage so schwer, jemanden zu finden. Und wirklich? Warum sind da so viele Pärchen? Das fällt dir aber nicht auf. Aber wenn du genießt, dann fallen dir die Pärchen auf. Und dann mach doch mal etwas, ich sage es immer wieder, mach doch mal etwas, was für das Universum, wo wir es ja gerade davon hatten, falls du da ein bisschen esoterisch eingestellt wirst, ein gutes Zeichen setzt. Nämlich wertschätze doch mal das, was du gerne hättest. Sag doch mal dem Pärchen, wenn sie gerade einander lächeln, ein Händchen halten, die sehen echt süß aus zusammen, die sehen echt glücklich aus zusammen. Dann gib doch mal diesem Pärchen ein Kompliment. Sag doch mal, ihr zwei, ich muss euch einfach mal kurz sagen, ihr seht so süß aus zusammen. Boah, so möchte ich, also wenn es ein Foto gibt, ein Bilderbuch, wie ich gerne aussehen möchte mit meiner Freundin, dann wäre das, wie ihr gerade ausgesehen habt. Das war einfach herzallerliebst, megaschön. Warum solltest du das sagen? Solltest du das sagen, weil du die Frau ausspannen willst? Nein, definitiv nicht. Aber das sind die komischen Gedanken, die Männer haben, wenn sie im Mangel sind. Die sagen, warum soll ich dem Pärchen ein Kompliment geben? Das bringt mir doch nichts. Sie ist doch vergeben. Das ist dein verdammtes Problem. Du siehst alles als, boah, ich muss hier was erreichen, da was erreichen, da was verhindern. Deswegen geht es nicht weiter. Weg mit dem ganzen Schrott. Fang an, dem Prozess zu vertrauen. Fang an zu geben, in die Liebe zu kommen. Und du wirst sehen, da kommen ständig neue Möglichkeiten auf. Und deswegen läuft es dann auch. Wie es auch in der Bibel steht, diejenigen, die haben, denen wird gegeben. Die, die nichts haben, denen wird genommen. Weil diejenigen, die haben, die geben. Die können mehr geben. Die können mehr Liebe zeigen. Die können mehr Sachen wertschätzen. Und deswegen kommt auch mehr zu ihnen zurück. Aber wenn du die Einstellung hast, mir fehlt so viel. Ich muss knausern. Ich habe nur einen Kommunikationsversuch am Tag. Und wenn ich den verkacke, dann fühle ich mich ganz schlimm. Illusion, du lebst in einer Traumwelt. Du hast unendlich Kommunikationsversuche am Tag. Und unendlich Möglichkeiten, eine schöne Geschichte zu schreiben. Als Mantra sowieso. Hör auf, tolle Ergebnisse zu wollen. Fang an, eine schöne Geschichte schreiben zu wollen. Wenn das das Ziel ist, dann bist du schon längst in der Prozessorientiertheit. Weil eine schöne Geschichte, die kann auch schon mit einem Lächeln beginnen und mit einem Lächeln aufhören. Boah, du siehst mega aus. Wollte ich dir nur mal sagen. Wiedersehen. Und sie dreht sich um, lächelt und geht weiter. Oder nicht mal das. Du lächelst sie an. Sie ist verwirrt. Du lächelst weiter. Und sie lächelt zurück und geht weiter. Schöne Geschichte. Hammer. Das gibt uns. Das gibt etwas für die Seele. Aber wir hätten nichts bekommen für die Seele, wenn wir nicht darauf vertraut hätten, dass dieses Geben einfach der richtige Pfad ist. Völlig egal, ob du was zurückbekommst oder nicht. Du wirst ja schon belohnt dadurch, indem du gibst. Das ist ja Belohnung genug schon. Weil du, wie in dem anderen Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich wütend auf jemandem oder wenn ich Gewalt jemandem antun möchte, dann muss ich erst mal Wut in mir selber haben. Das heißt, ich gebe mir selber die Wut. Und genauso wie wenn ich jemanden anlächle, dann muss in mir ja erst mal Freude entstehen. Da ist ja schon meine Belohnung drin. Und daher bist du dann halt auch ohne Erwartungen. Weil du halt schon in dem Moment, in dem du es tust, alles bekommst, was du brauchst. Ja. Und das ist Präsenz. Weißt du? Das ist Präsenz. Das ist Leidenschaft. Das ist Passion. Du musst nicht dein Ding finden. Im Sinne von, oh, ich habe mein Ding noch nicht gefunden. Weiß noch nicht, was ich beruflich machen will. Das ist nicht, wovon wir sprechen. Ist es einfach nicht. Ich gebe dir noch ein Beispiel, was ähnlich ist wie Augenkontakt halten. Lachen. Kannst du vor Frauen richtig herzhaft loslachen? Und auch wenn du ein, in Anführungsstrichen, komisches Lachen hast, kannst du es rauslassen und drauf scheißen und einfach richtig herzhaft volle Kanne loslachen. Da ist ein Joke, der hat dir gefallen. Ohne da jetzt cool rüberkommen zu wollen, scheiß drauf. Einfach lachen. Richtig auf dem Boden kugeln, wenn sogar nötig. Kannst du das? Weil dann bist du präsent. Dann bist du volle Kanne im Moment. Und das ist sehr attraktiv. Aber wenn du immer versuchst, James Bond zu sein und man darf mich niemals, ich muss immer ernst sein. Ich darf mich nicht beim Lachen erwischen. Ja, aber dann bist du nicht präsent. Das ist einfach nicht so sexy. So, mein Lieber. Wir haben schon eine lange Folge gemacht. Aber wenn du noch mehr haben möchtest und du sagst, Alter, jetzt will ich aber das Ganze in mein Leben transferieren und ich will einen Leitfaden haben, wo ich in meinem Leben die Stellschrauben endlich umlegen kann, damit das funktioniert und ich nicht immer wieder dieselben Ergebnisse bekomme, gar kein Problem. Diese Stellschrauben, die können wir gemeinsam umlegen. Dazu brauchen wir aber ein bisschen mehr Informationen über dich. Wir müssen nämlich miteinander dann an diesem Leitfaden persönlich mit dir zusammenarbeiten und das machen wir in der kostenlosen Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. In der Analyse schauen wir uns genau deinen Flirt-Typ an. Dort schauen wir uns genau an, aus welchem Holz du geschnitzt bist, welcher Flirt-Typ vor allem du bist, weil es gibt unterschiedliche Flirt-Typen. Manche Männer eher verkopft, manche Männer eher intuitiv. Und gerade für jeden Typen gibt es dann einfach auch einen Leitfaden, der für dich funktioniert. Denn wir müssen neue Gewohnheiten etablieren, damit du im Laufe der nächsten Monate zu dem Mann wirst, der schon immer in dich gesteckt hat und der auch attraktiv auf Frauen wirkt. Die Freundin, die du haben möchtest, das Leben in Fülle, wo du mehr Erfahrungen sammelst und dann die richtigen langen des Weges auch findest, das ist nicht mehr weit weg. Aber es fängt mit der nächsten Entscheidung an. Welche Entscheidung wirst du treffen? Ja, mal weiter gucken, dass ich das alles irgendwie weiter auf eigene Faust mal so mache. Podcast ist ganz nett, ist cool, aber ich muss das irgendwie alleine hinkriegen. Okay, dann mach das noch ein paar Jährchen so weiter. Oder du sagst, ey, das ist ein geiles Angebot, ist kostenlos, werde ich mir mal anhören. Und dann kommst du zur kostenlosen Flirt-Typ und Charisma-Analyse. Und das findest du auf www.blirtanalyse.de oder auch in der Beschreibung. Ob du es machst oder nicht, wir haben dich trotzdem lieb. Ich bin sehr happy, dass du so lange die Podcast-Folge gehört hast oder geschaut hast. Wir sind jetzt bei Stunde 10, Stunde 11 oder sowas. Mega, mega geil, das scheint dir echt wichtig zu sein. Applaus, wirklich, meine Hochachtung. Gib der Welt auch etwas zurück. Gib uns ein kleines Like. Gib uns ein kleines Dank in den Kommentaren. Oder zeig diese Folge einem Kumpel, von wem du glaubst, dass es ihm vielleicht auch helfen würde. Wir machen weiter, du machst weiter und die Welt wird ein klein bisschen, vielleicht ein Tick besser. Das wäre doch was. Also, fahr vorsichtig, damit du der Welt noch lange halten bleibst. Jawohl. Bis dann. Bis dann.